Wenn Sie herausragende Köpfe suchen, ob in der Unternehmensberatung, in der Zeitarbeit oder in der Projektbeteiligung, dann sind Sie bei uns genau richtig. ABC Unternehmensgruppe. Fünfter Rossetti Fußball Cup der helfenden Handwerker Remscheid e.V. Ein tolles Turnier bei sehr, sehr warmem Wetter und einer der MINT-Initiatoren, Thomas Küster, bei mir. Zufrieden? Hundertprozentig. Also wir haben einen super Tag erlebt. Wir haben wahnsinns Wetter gehabt. Der liebe Gott hat mal ein Sinn mit dem Rossetti Cup gehabt. Wir brauchen nicht Wasserball spielen. Wir haben ein tolles Kinderland gehabt. Wir haben, der Volker hat schon vieles erzählt heute im Laufe des Tages, wir haben einen super Sandstrand gehabt, der angenommen worden ist. Mallorca war unser Thema. Aber es passte ja vom Wetter her, ne? Ja, ich glaube Mallorca träumt von den Temperaturen momentan, oder? Genau so ist es. Aber du hast einen besonderen Gast neben uns, denn wir können nochmal zurückgehen zu der Idee, wie der Rossetti Cup überhaupt entstanden ist. Ja, der Rossetti Cup, die Geschichte, warum der Rossetti Cup entstanden ist, die weiß jeder. Die haben wir hunderttausendmal in den letzten Jahren geredet. Aber mit wem sie entstanden worden ist, da haben wir eigentlich ganz wenig drüber geredet. Und umso mehr freut es mich heute, dass ich ihn als Sieger nach fünf Jahren das erste Mal wieder hier sehen mit kann. Das ist der Salin. Der Salin und ich hatten damals die Idee, Mensch, wir spielen Fußball und wir wollen das Sache für einen guten Zweck machen. Und lass uns für die Hilde Heinemann Schule, für die geistig-körperlich-behinderten oder benachteiligten Kinder was machen. Das war eigentlich auf Salins Idee gewachsen. Und ja, wo wir heute sind, wissen wir. Und das ist doch toll, ne? Du bist hier mit einer Wuppertaler Mannschaft, mit Osterbaum, und hast gewonnen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke schön. Froh und stolz, dass du nach fünf Jahren sozusagen hier stehen kannst. Ja, bei der ersten Cup haben wir gewonnen gehabt mit der Firma Dieter Mohr. Das war das erste Mal. Und jetzt nach fünf Jahren wieder, dass wir gewonnen haben. Natürlich ist das super schön. Es freut mich immer wieder. Ich bin fast jedes Jahr da. Dass ich mit den tollen Jungs gewonnen habe, freut mich natürlich. Und es geht nicht ums Fußball, es geht nur ums guten Zweck, natürlich. Es ist nur Fußball ist eine Sache, aber es geht uns nur um die Kinder und benachteiligte Kinder, sagen wir mal. Super Sache. Ich gehe mal rüber zu den Gewinnern. So, und da sind die Sieger. Osterbaum, herzlichen Glückwunsch! Also Stimmung, die man mitkriegen kann. So, da ist er. Ja, gut seid. Herzlichen Glückwunsch an euch alle, Jungs. Danke. Es war am Ende eine schwere Geburt mit Elfmeterschießen gegen den Titelverteidiger. Aber ihr habt es gerockt. Absolut. Also es war ein sehr schönes und spannendes Finale, denke ich. Und die zwei, drei Zuschauer, die da waren, haben auf jeden Fall alles schön gesehen. Und ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir uns im Endeffekt auf den Pokal tragen können. Genau, also euer Name kommt hier dann drauf für das Jahre 2018. Wie schwierig war das denn bei diesem Wetter? Also das ist ja, ja, subtropisch müsste man ja schon sagen. Wetter hat auf jeden Fall schon viel mitgespielt. Auch in der Mittagshitze natürlich ist es nicht so angenehm. Aber dafür, dass es sehr organisiert war und auch die Getränke schnell kamen, hat sich das auch sehr schön erledigt, sodass wir da wirklich gut gestärkt ins Finale kommen konnten. Dankeschön, Jungs. Nochmal herzlichen Glückwunsch Osterbaum für den Sieg. Und wir gehen nochmal weiter zum Volker Friese. Ein erfolgreicher Tag mal wieder für euch, der helfenden Handwerker mit dem Rossetti-Fußballcup. Super Gewinner. So will man es haben, ne? So will man es auf jeden Fall haben. Wir haben ja nach wie vor super Glück mit dem Wetter gehabt. Obwohl heute Morgen war die Wetterfeuersage etwas übel. Ja, und wir haben wirklich stündlich auf die Uhr geguckt. Zieht das Gewitter vorbei? Kommt es noch oder regnet es auch nicht mehr? Aber wir haben Glück gehabt. Und das Schöne ist, wir sind ja wieder im Zelt. Momentan sind ein paar Leute draußen, aber die kommen gleich wieder. Mit der Dani, die hier einen tollen Auftritt immer wieder hinlegt. Also auch mit Catering, mit Essen, mit den ganzen Leuten, die euch geholfen haben. Das Ganze wieder ein großer Erfolg. Auf jeden Fall. Das besagen auch die Besucherzahlen. Heute war der Platz ziemlich voll. Über genaue Zahlen können wir ja später mal sagen. Was wir auch an Umsatz gemacht haben, beziehungsweise was wir an Spenden für den guten Zweck. In diesem Fall die Hilder-Heinemann-Schule erwirtschaftet haben. Und darum geht es ja. Es geht ja um den Spaß, um den Sport einerseits, sondern andererseits um den guten Zweck. Und ich glaube, das ist die große Stärke des Rosetti-Cups. Das ist von Anfang an die große Stärke gewesen. Dass wir uns immer ein Spendenziel ausgesucht haben. Und auch die Spendenbegünstigten immer sehr dankbar und aufgeschlossen dem Gegenüber waren. Auch die Hilder-Heinemann-Schule vertreten durch Herrn Busch. Der hat heute sogar mitgeholfen. Wie er gesehen hat, der Andrang wurde zu groß und ist dann eingesprungen. Ganz hervorragend, muss man sagen. Danke. Dankeschön, Volker, für dieses Gespräch. Mal wieder ein großer Erfolg. Der fünfte Rosetti-Fußballcup. Und im nächsten Jahr, da geht es dann wieder weiter. Und Osterbaum wird dann seinen Titel verteidigen. Und im nächsten Jahr, da geht es dann wieder weiter.